hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge rush wars so irgendwie muss ich mir jetzt kommt so alles klar ja hier habe ich auch ein paar sterne sind ein paar zusammengekommen 46 ich hole mir mal die art die kann man auch claimen die abwehrsterne hast du schon gemacht oder was besetzt dass du dir in eine box kommt das ist so kleinst immer unten rein das ist jetzt nicht mehr du kannst die idee die sterne kannst du claim das heißt dass du die dann halt bekommst du hier für deine level ja habe ich doch was hast du siehst du ich wusste das ist jetzt nicht ich habe ich musste rein ok alles klar meinst du okay also dann würde ich sagen ja da geht es auch schon gleich los hier tag auf geht's und los geht's ja wer ein interesse hat joint unsere gilde oder zwei stück von diesen komischen gorillas ich weiß nicht wie stark die sind nicht so stark wie ein panzer oder so das müsste eigentlich ganz gut funktionieren das müsste eigentlich ganz gut funktionieren die sind jetzt nicht gleich dann weg hier schon da kann ich direkt auf angriff was für noch kommt macht das ding da da und jungs leute macht das ding da da und das ding ist da und bekommen dann ist ihr feierabend voll oh mein gott drei sterne ja man das sind die drei stelle ist die nächste box zum öffnen eine kommen box wieder schieß kennen mord so weiter geht's nächster angriff cool wie viele sterne ja leute ich kann euch wirklich nur empfehlen diese ganzen wenn ihr sowas da habt macht diese tonnen da weg wenn die behörden armeen stehen ihr könnt kostet ein bisschen was aber wenn man da was drauf ballert dann sind die einfach weg so kommt bitte 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 wir sind sie ein kommt ja das muss nur das teil da irgendwie da und bekommen und dann hätte ich wieder drei aber ohne sich nicht gut aus was macht er denn junge junge bewegt junge junge ist nicht dein ernst junger junge junge nein hat das nicht dein ernst wie blöd ist der gewesen aber immerhin zwei sterne gut er wird angeballert von der seite nur und wird es wird stur auf diese hütte geschossen das wird stur auf die geschossen das ist völlig egal ich auch lass den von der seite schieß interessiert mich nicht unfassbar und wenigstens die zwei stelle dafür bekommen das ist das wichtigste so ja da würde ich mal sagen dass man könnte nur bei drei stunden ja das wäre krass oh mein gott das war jetzt echt nicht gut gespielt von mir das muss ich jetzt leider gottes zugeben das war alter wieso zieht er den nicht aus das war keine glanzleistung von mir aber die sollte ich jetzt oh mein gott sollte ich trotzdem alle bekommen ja mach erstmal das teil der platte und jetzt müsst ihr müsst den komischen fußi da oben der muss weg ihr müsst den komischen fußi da der muss weg alter ich habe doch macht den weg und dann kriege ich drei sterne sehr gut drei sterne so wie schaut es bei dir aus aktuell ich habe drei sterne gut sehr geil ich krieg die nächste box juchu rookie 3 ja ja shields pitcher boost und wie viele kies habe ich denn noch mal ich habe noch drei keys wie viel hast du noch auch drei ok weiter geht's wo ist nur drei sterne oder was ja müssen ich eigentlich mal der bessere spieler die gruppe oder fünfe aus dem englischen fünfe was dann kriege ich schon das sind dann so eine fünfe dings da keine ahnung kann ohne da wird jetzt ein bisschen mal drauf gefeuert ist das ding schon weg und dann aber der rakete in ersten stellen habe ich wenn ich den jetzt noch darum bekomme und das sollte eigentlich jetzt gleich der fall sein und dann kriege ich wieder drei sterne ja drei sterne so eigentlich kann ich jetzt auf end battle gehen oder wie so stark komm ich gehe oben auf end battle das heißt so intelligent müsste das spiel sein dass es feststellt da ist nichts mehr woran man verrecken kann naja egal drei sterne flawless victory wieder drei stück in die box rein und auf geht's ins nächste match ich hätte wahrscheinlich eine chance gehabt aber noch fünf prozent so und jetzt geht's los oh mein gott hat eine bombe platzierte miese erste hütte ist da und es wird diesmal keine nein das ist jetzt nicht dein ernst guck dir das an das ist nicht dein ernst gucken wo da steht mein einzelner meine einzelne kleine truppe die hat fast keine leben mehr wo die steht direkt neben dem kanadwerfer und der kanadwerfer kann nichts machen jetzt gewinne ich doch noch mitreicht das ist ja wohl sensationell das ist ja aber weißt du wie lange jetzt brauchen dahinten die hütte abzug ja aber so viel prozent habe ich nicht mehr auf jetzt macht in der platte mein gott gleich ist bei mir ein schwarzer bildschirm ja genau von der gleich so das haben wir geschafft sehr geil drei sterne geholt und die nächste box und die bombe ok so wie viele habe ich denn euch haben wir noch zwei gott immer noch zwei stück wie soll ich das schaffen so auch das oh mein gott da hinten ist ein panzer und das teil direkt nebeneinander ist nicht gut okay du sagst die kopf der gorilla ist nicht so mega stark dann zumal ich jetzt hier sowieso ist aus oh mein gott bitte macht das ding platt ja drei sterne wieder und das war's drei sterne zack und gleiches nächste match auch wieder hier auch das ist ja das sollte wirklich kein problem darstellen das sollte wirklich kein problem darstellen das ist schon clever positioniert aber die dürfte doch keine chance haben meine güte darf doch keine chance haben das kann doch nicht sein alles weg und ich habe nur einen einzigen sterne bekommen ja dafür die nächste box oh mein gott habe ich wie viel prozent oder hast du fünf ne habe ich nicht mehr drei vielleicht noch ich muss jetzt noch fünf sterne zusammen bekommen das geht für die letzte box ja das ist ja easy also das ist ja wirklich mal die dann maschinen gleich darum durch die aufteilung die ich jetzt gemacht habe war vielleicht nicht ganz so clever aber trotzdem es müsste drei sterne es müsste für drei sterne reichen damit wenn ich den jetzt bekomme drei sterne dann muss ich noch ein einziges dann habe ich meine fünf sterne zusammen für die letzte box und das mit den letzten prozenten kommen auch sehr geil geschafft hast du hast du wirklich noch ein key ja ich bin ich schneller als du so ich muss noch zwei sterne bekommen ich muss noch fünf bekommen was wird die los kommen auch mal gleich hier auf so völlig also trof jetzt kommt sagt bm 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 auf dem wir drauf jetzt kann wenigstens den einstellen habe ich schon mal ich muss noch einen einzigen stellen so bekommen komm jetzt siehst du mein gameplay nein genau in dem zeichnen stellen bekommen ein einzigen stellen noch einen einzigen stellen noch kommt und weiter last squad und beim kommt auf geht es ein sternen noch bekommen das ist ja ein geschenk das ist ja wirklich ein geschenk oh mein gott das ist ein geschenk sollte eigentlich ein geschenk sein so kommt jetzt diese eine ist eine gebäude down und dann habe ich den einstern habe ich und so wie es aussieht es könnte ja das problem ist dass er wieder nicht zur seite guckt nur er guckt einfach nicht zur seite zwei sterne und er lässt sich wirklich von dieser blöden kanone fertig machen er guckt nicht zur seite egal zwei sterne und damit habe ich es geschafft victory jawohl eine common box aufmachen und dann bin ich schon mal raus aus dem ding hier so ich bin jetzt hier raus wahrscheinlich gleich macht das bevor das ausgeht ist ja so also ich gehe aus dem herr server raus dafür kann ich jetzt das groß machen von dem herr so fort ja sie dem er endlich für gute sicht nur einstellen machen müssen jetzt egal ich weiß dass ich keine kann schaffen kann ich möchte nur einstellen so was gibst du dich zufrieden oder oder sie repeated oder er hat mir aber 100 gegeben Jetzt brauche ich nur noch 30 XP. Achso, du kriegst für ein Upgrade XP, oder was? Ja. Die guten Games, ne? So, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben. Schreibt es in die Kommentare und nimmt unseren Kanal kostenlos. Und bis dahinter rein. Und tschüss. Und tschüss.